Hallo ihr Lieben, einen freundlichen Gruß aus dem Whisky Hort. Heute gibt es wieder was Leckeres ins Glas und wir wollen euch davon berichten. Elfkörn haben wir hier. Und zwar die neue Sherry Cask Abfüllung Distillery Edition Batch 001. Batch 001 deshalb, auch wenn es diese Abfüllung im Grunde genommen schon seit Jahren gibt und sie fast so was wie ein Klassiker ist aus dem Hause der Destillerie im Harz. Es ist das erste Batch unter dem neuen Namen Elsbörn und daher fängt die Zählung jetzt von vorne an. Die Flasche reißen wir jetzt extra dafür auf und unsere Kamera-Kind kriegt heute auch mal was ab. Er hat heute nämlich Stress und da kann das ja durchaus helfen, mal so ein bisschen Stress abzubauen. Masse hat er jetzt für dich. Danke. Abgefüllt wird er übrigens mit 45,9%. 2712 Flaschen gibt es davon. Unverkennbar das Sherry Fass. Ihr seht ihr schon an der Farbe hier in der Flasche, das hat also wirklich gut Spuren hinterlassen. Richtig dunkle Sherry Noten habe ich. Schöne warme Töne mit etwas Schokolade. Ja, es ist eine nussige Note dabei und wer immer da jetzt auch geklingelt hat, den lassen wir für einen Moment vor der Tür stehen. Ein bisschen Frucht. Pflaume riechig. Und das Ganze wirklich schon sehr sehr dunkel, sehr gehaltvoll wirkend. Macht Lust zum Probieren. So soll das ja auch sein und deshalb in den Mund damit. Das ist mal ein richtiger Sherry Brett. Wer auf sowas steht, fantastisch. Der ist schon fast samtig Creme. Im Mundgefühl. Die Aromen aus der Nase sind direkt sehr präsent. So eine alte Sherry. Dieses nussige, die Schokolade. Und ganz leichte Bitternote mit dabei. Zartbitterschokolade. Und der geht richtig rund. Füllt den ganzen Mundraum aus. Die Pflaumen. Das ist jetzt so ein Pflaummus, sag ich mal, ohne irgendeinen Namen zu nennen. So ein Flümli. Auch hier Nuss. Ich würde so sagen, in Richtung Macadamia Nuss. So richtig. So eine ölige, fette Nuss. Eine Spur Zimt. Aber richtig lecker. Macht großen Spaß. Kann hier bei uns probiert werden. Kann auch gekauft werden für, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, Master für 69,50. Wir packen den Link unter das Video. Dann habt ihr direkt den Zugang zum Shop. Wer ihn sich bestellen mag, viel Spaß damit. Mir macht das Spaß. Und ich werde den gleich noch in Ruhe zu Ende trinken. Schönen Tag euch noch. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis morgen wieder. Tschüss.